Was steht denn da drauf? Revolution Finale, erster Platz. Also, dein Name ist? Alexander Redler. Ihr könnt euch nämlich die komplette Transformation vom Alex auch anschauen bei Body Extreme. Und da du ja natürlich jetzt bei der Revolution mitgemacht hast, ist es auch klar, dass das dein erster Start war, erste Saison. Du wirkst aber recht gelassen, finde ich. Ja, so bin ich halt, denke ich. Bist du generell so ein ruhiger Typ? Ich bin ein ruhiger Typ, ja. Also, du bist nicht derjenige, der im Studio jetzt richtig los schreit? Ne, ich bin einer, der ruhig die Sachen angeht, ja. Einer, der ganz ruhig im Studio, ganz hinten in der Ecke, denn die Gewichte stemmt und hebt und macht und tut und dann zur Meisterschaft kommt und den ersten Platz holt? Einfach die Klappe halten, trainieren und durchziehen, ja. Und wie man sieht, es funktioniert. Man muss nicht immer schreien im Studio. Wie geht es noch weiter für dich? Ja, also, ich habe geplant ist nochmal die Hessen-Meisterschaft am 6. Mai. Und also heute nochmal die Newcomer natürlich, ne? Ja, wenn du schon hier bist. Ja klar, mal gucken, wie weit ich komme dieses Jahr. Also, ich nehme alles mit, was geht, ja. Ja, das ist schon mal eine gute Einstellung. Wenn ich schon mal eine Diät mache. Ja, darum geht es nämlich. Was ja viele auch nicht wissen, dass gerade diese Diät so schweinehart ist. Und wenn man schon mal in Form ist, dann natürlich gleich an Meisterschaften und an Shootings. Meine Frau und meine Kinder mussten auch leiden darunter, ja. Und deswegen, ich muss jetzt durchziehen, jetzt kann ich nicht einfach so aufhören, ja. Sind die Leute auch hier? Meine Frau ist hier vorne, ja. Die ist dabei. Und die Kiddies? Die Kinder sind ein bisschen klein, also leider nicht, aber... Okay. Dann senden wir mal ganz, ganz lieben Gruß nach Hause. Der Papa hat nämlich schon mal den ersten Platz geholt. Und, äh, mal gucken, wie es bei der Newcomer aussieht. Ja. Deswegen werden wir dich auch gar nicht weiter aufhalten. Geh nochmal tief in dich. Da geht es nochmal richtig rund bei der Newcomer. Und, äh, wir sind gespannt, wie wir als nächstes vor die Kamera ziehen. Ich bin da ein bisschen... Die hier dreht heute, deswegen kann ich nicht so... Gar kein Problem, du, das kennen wir, das kennen wir alles. Ich bin 365 Tage die hier dreht. Ich danke dir vielmals. Bis dann, tschauischön.